Der Verbraucher ist bereit, wieder mehr Geld für Geschenke auszugeben. Der Einzelhandel führt das auf die seiner Meinung nach entspannte wirtschaftliche Lage zurück. So ist man zuversichtlich, das gesteckte Ziel vom 19 Milliarden Mark Weihnachtsumsatz zu erreichen. Umsatzstärkster Tag war wieder der zweite verkaufsoffene Samstag. In einigen Städten der Rekordtag des Jahres. Allein bei einem Warenhauskonzern kamen an diesem Tag 34,3 Millionen Mark in die Kassen. Qualität zu vernünftigen Preisen war gefragt. Zum absoluten Renner der Saison wurden jedoch die Heimcomputer. Die Nachfrage war hier so groß, dass die Bestände oft nicht ausreichten. Die Lieferfähigkeit der Hersteller war überfordert. Häufig hätte der Handel das Zehnfache verkaufen können. Gut im Rennen lagen auch dieses Jahr wieder die Videospieler, aber auch traditionelles Kinderspielzeug. Durchschnittsverkäufe gab es im Rundfunk- und Fernsehbereich. Auf hochwertigen Pelzen wird der Handel wohl noch einige Zeit sitzen bleiben. Hier übten die Käufer Zurückhaltung. Das gleiche gilt für teuren Schmuck. Dagegen war Modeschmuck zu annehmbaren Preisen stark gefragt. Doch es kann sich einiges ändern. Eine ganze Woche liegt noch vor Heiligabend. Der Handel verspricht sich davon weitere gute Umsätze. Und nächsten Samstag am 24. Dezember sind die Geschäfte bis 14 Uhr geöffnet. Ein Nachholspiel der Fußball-Bundesliga. Arminia Bielefeld, Waldhof Mannheim trennten sich 1 zu 1 unentschieden. In der Tabelle hat sich damit nichts verschoben. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 18. Dezember. Während über dem Nordosten Deutschlands die Bewölkung vielfach aufgelockert ist, erkennt man südlich davon ein Wolkenband, das sich von Jugoslawien zu den britischen Inseln erstreckt. Ursache hierfür ist ein Frontensystem, das in der Nacht und morgen Vormittag unter Abschwächung ganz Deutschland überquert. Dahinter setzt sich allmählich etwas mildere Luft durch. Die Vorhersage für morgen. Östlich der Elbe zunächst stark bewölkt und vereinzelt leichter Regen. Im Küstengebiet einzelne Schauer. Später, wie bereits in den übrigen Gebieten, etwas auflockernde Bewölkung. Im Alpenvorland im Tagesverlauf erneut föhnig aufgeheitert. Tiefstwerte zwischen plus 3 Grad im Westen und minus 3 Grad im Osten. Tageshöchsttemperaturen 2 bis 6 Grad. Bei Föhn bis 10 Grad. Am Boden schwacher bis mäßiger. Im Bergland starker Wind um Süd. Wir melden uns wieder gegen 22.05 Uhr und morgen Mittag um 12.45 Uhr mit dem Wochenspiegel. Guten Abend und willkommen beim ersten Programm. Einer wird gewinnen, liebe Zuschauer, wenn Hans-Joachim Kuhlenkampf gleich sein internationales Quiz mit Kandidaten aus acht Ländern veranstaltet. Um 22 Uhr folgt die Ziehung der Lottozahlen, danach meldet sich die Tagesschau und anschließend spricht Pfarrer Heinrich Alberts aus Berlin das Wort zum Sonntag. Gangster in Key Largo heißt der berühmte amerikanische Spielfilm mit Humphrey Bogart und seiner Frau Laureen Beckall, den wir um 22.20 Uhr zeigen. Mit letzten Nachrichten der Tagesschau endet unser Programm heute gegen Mitternacht. Und nun schalten wir um in die Kieler Ostseehalle zu Hans-Joachim Kuhlenkampf. Viel Vergnügen. Und nun schalten wir um in die Kieler Ostseehalle zu Hans-Joachim Kuhlenkampf. Musik